Gucken wir uns mal den Dagen an. Okay, mache ich. Okay. Was haben wir hier? Okay, wenn du das sagst. Hugo Moller, ja. Okay. Ja, mehr ist da nicht. Zentrale anrufen, okay. Das war es auch schon wieder. Sehr, sehr, sehr. Fälle gehen da jetzt schneller als sonst um. Zumindest die Beweise suchen. Weitere Seite. Weitere Seite. Okay. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need an interrogation set up at Central for both suspects being held in the Moller homicide case. Certainly, Detective. I'll get in touch with the watch commander. Thanks for your help. Okay, steigen wir ein. Aber erst mal fahren wir zum Leichenschau aus. I think we should lay it on him. He was near the car, he had her jewelry, the DA will love him for. Even if he didn't do it. Was ist denn jetzt los? Warum fährt der nicht? Wer hat denn das, bitte? Mach mal Heile. Ey. Ist mein Wagen kaputt? Oder? Nee. Der ist kaputt. Taxi. Da ist er. Den will ich. Den will ich. Den will ich. Bleib stehen. Jawohl, er bleibt stehen. Gehenbleiben. Sir, step up the car, please. LAPD. Dankeschön. So, haben wir wieder unser Cabrio. Ey. Ja, ja. Rufe erst mal in die Seite, du Drecksack. Haben wir noch einen wirklich zum Leichenschau aus? Mal gucken, was der Ray Pinker will. Wahrscheinlich den Autor C-Bericht uns übermittelt, was er mal sagt. Gehe ich mal von aus. Hoppala. Ich konnte nicht mehr bremsen. Tut mir leid. Ja, das war nicht, äh, unsicher. Keep safe, Rhyme. Sagen sie es mir nur. Okay. Hey. So. Ich glaube, ich fahre mal hier hoch. Weiß nicht. Ich bin kein Maniac. Nein, 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 nein. Ich hätte es auch gleich. Den T-S-Maniac. Ja. Okay. Der war nicht witzig. Oh. So. Ja, wo ist denn? Das ist ja ein Arsch der Welt. Ich glaub's ja nicht. Ah, da ist es doch schon. Können wir da reinfahren? Nee, okay. Leichenschauhaus. Ja. Angels Country Morgue. Was? Was steht da? Montary. Montary? Montary. Night. Night. Entrance. Entrance. Oder was auch immer. Oh, Pinker. Death is strangulation. Correct. Take a look at the samples on the bench. Okay. Das will ich schon mal ausschließen, aber ich kann ja mal gucken. Nee, das ist es nicht. Weil ich das ausschließe, versuche ich mal das hier. Oh. Was sind die normalen uses für das Kind of Rope? Auf Böden? Mooring Lines? Correct. Although Ray sagt, dass sie manchmal auch als Bell Ropes in Churches benutzen. Okay. So, sind wir für ein Sailor oder ein Minister? Well, in meinem Erfahrung, Sailors seem zu haben die größte Libido. Was Mrs. Muller kriminelliert? No external oder internal traces of semen. Okay. Okay. Wenn alles kommt, dann können Sie uns wissen. Good. We've got to nail this guy. Die Schuhprinz? Die Schuhprinz, sehr ähnlich als die Impressions von dem Henry-Kase. Wer hat sich in die Schuhprinz? Ich glaube, wir haben unsere Böse. ok jetzt nehme ich die musik auch weg und jetzt können wir auch gehen wenn ich jetzt wo hat er mein auto geparkt da hey ding 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 zentral revier lpd wo das jetzt wieder ist die einen der die neien es noch ein bisschen zu offen da ist das nicht ein charakter ist genau das ist nicht sicher doch nicht ist das nicht sicher klar ist es gleich ein guter Mann ist es ein guter Mann ist es ein guter Mann das ist eben das ist ja doch dass du noch nicht dass du das Haben wir es doch schon. Ja. Gehen wir noch mal rein. Okay. Was die Wurs Inter... Geh... 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 Captain. We were on our way to interview Eli Ronin. Yes, Phelps, I know. This particular theme is an old Aquinas. I have tried to reaffirm his belief in the wrathful and terrible God. Whichever way it goes, I'll be dealing with personal. Is the captain here? Wurs Inter... Geh... 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 Eins, okay. Hier ist eins. Such aber zwei. Wo ist zwei? No guns, okay. Proximum... But I got to make on the car in the end. Ja, ja. Dann mach das mal. Ähm... Yeah, I think I'm moving up to the 45. Yeah, is direct. I want to stop him with one round. Da. Hello, Hugo. Hugo. You're next door neighbor heard screaming coming from your house. You were burning your bloodstained shoes. You have no one who can confirm your whereabouts last night. Your daughter says you're a violent man. We have everything we need to send you to death row. And all you have to say for yourself is I didn't do it. I swear I didn't kill her. Give me that light test. Okay, Hugo Moller. Augenblau. Alter 46. Kennen wir eigentlich schon. Ehemann des Mordoffers, Dietrich Moller. Okay, Beseitigung von Beweisen. Erzähl mal, warum du die beseitigen wolltest. Okay, jetzt könnte ich Ihnen sogar glauben. Ich glaube Ihnen das. Okay. Zugang zur Pflichtseil. Okay, das ist eine Lüge. Auf jeden Fall ist keine Wahrheit. Hm. Kann ich Ihnen das irgendwie nachweisen? Naja, ne. Ich glaube nicht. Komm, ich bin mutig. Ich zweifle jetzt an. Okay, Zugang zur Radmutterschlüssel. Ne, 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 ne. Warum war den Eimer in deinem Auto, hä? Ach, ich habe keine Beweise. Aber was denn das hier? Hm? Was ist das? Was ist das? Okay. Fahrzeug ist... Fahrzeug ist auch fast gefunden. Ich bin, ich habe keine Beweise. Okay. Haben Sie eine Beweise? Nein, das war nicht. Okay. Ich habe eine Beweise. Ich habe einen Beweise. Ich habe einen Beweise. Ne? Der war im Wagen deiner Frau, hä? Okay. Was mache ich?